So, hallo liebe YouTuber, es gibt immer wieder Leute, die mich fragen, welche Einstellungen ich in Audacity, das ist eine andere Richtung, ich mit dem Rode NT-USB Mikrofon verbinde und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video und zeige euch das mal einfach. So, Audacity, ich verwende die Version 2.0.6, es gibt aktuellere Versionen, aber da muss man dauernd umlernen, mache ich jetzt irgendwie nicht so gerne. Aufnehmen tue ich jetzt übrigens gerade mit dem anderen Mikrofon, weil das Rode NT-USB ist jetzt gerade mit Audacity verbunden. Ich nehme jetzt über ein portables Mikrofon auf, ich hoffe, das macht nichts, wir werden hier noch was mit dem Rode NT-USB aufnehmen. So, dann schauen wir uns als erstes mal die Einstellungen an. Projektfrequenz 48.000 Hz oder 48 kHz. Es gäbe auch die Möglichkeit, hier mit 44.100 zu arbeiten, die Qualität ist aber nicht so gut. Das Rode NT-USB arbeitet mit 48.000 kHz. Diese Einstellung ist wunderbar. So, Einstellungen für Audacity im Allgemeinen. Geräte, ich glaube, das ist klar, Wiedergabe brauchen wir jetzt auch nicht. Aufnahme, alles ausschalten, was stören könnte, Qualität, Standard-Sample-Frequenz 48.000 kHz, Standard-Sample-Format 32-Bit-Float habe ich hier drinnen stehen. Hochwertige Umwandlung, Best-Quality, das ist immer am langsamsten, aber die beste Qualität, egal was man macht. Ich mache zwar immer nur, wenn ich mit Audacity aufnehme, ich exportiere immer nur Wave-Dateien. Ich glaube nicht, dass das hier einen großartigen Unterschied macht. Programmoberfläche ist, glaube ich, nicht so spannend. Spuren ist auch nicht so spannend. Import-Export ist jetzt auch nicht so spannend. Erweiterter Import-Export ist auch nicht so spannend. Bibliotheken habe ich jetzt, also eine MP3-Bibliothek, verwende ich in Audacity nicht, weil ich immer nur Wave-Dateien exportiere. So, das waren die Einstellungen. 48 kHz haben wir hier eingestellt. Das Mikrofon ist Rode NT-USB ist ausgewählt. Ich mache immer nur Mono-Aufnahmen, weil es keinen Zweck hat. Das ist ein Mono-Mikrofon, man könnte aber auch Stereo-Aufnahmen damit machen. So, dann machen wir mal eine Testaufnahme und ich drücke jetzt auf Start. Es geht los. Wir machen jetzt hier live eine Aufnahme mit Audacity und... Tja, sagen wir mal 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Hex, 7, 8, gute Nacht. Dies ist ein Test. So, dann stoppen wir das Ganze und stopp. Jetzt habe ich was aufgenommen hier. Jetzt gehen wir auf Datei, Audio exportieren. Dann... Jetzt habe ich hier nichts ausgewählt. Dann nehmen wir den Test. W-A-V. Als Dateityp exportiere ich eine W-A-V, eine Windows-Microsoft-16-Bit-PCM-Datei. Das war Format. Das hat keine Datenreduktion drinnen. Ist dafür qualitativ das Hochwertigste zum Weiterverarbeiten. Dann ist es hier das Beste. Speichern. Okay, da brauchen wir nichts ausfüllen. Die Datei wird so gespeichert, wie ich sie haben möchte. Diese jetzt exportierte Datei kann ich wunderbar in meine zum Beispiel Videobearbeitungssoftware integrieren. Und da habt ihr ein knackiges, tolles, gutes Audio. So, gefragt wurde ich auch nach den Windows-Einstellungen, die ich beim Rode NT-USB so verwende. Schauen wir mal hier. Aufnahme. Das wählen wir aus. So, wir haben hier angezeigt. Abhören. So, da wird es jetzt spannend. Pegel, weil ich immer wieder auch gefragt werde, welche Einstellungspegel. Aktuell haben wir hier einen Pegel von 47. Und wir schauen jetzt hier mal in Audacity, wie das hier aussieht. So, das mache ich jetzt mal hier runter. So, dass man das hier noch sieht. Also, Pegel von 47. Ich verende den Pegel jetzt unter Audacity und schiebe den einfach mal hoch auf 74. 73, 74. Und sieh da, er ist hier auch in Windows gewandert. Da steht jetzt auch 73. Jetzt stelle ich mal in Windows runter auf 30. Und er ist in Audacity. Aufnahme, Lautstärke 0,3. Gehen wir die mal hoch auf 1,0. Hier steht 100%. Also, diese Einstellungen unter Audacity sind genau dieselben wie unter Windows. Wenn ich also hier in Audacity eine Lautstärke von 0,80 eingebe, habe ich hier unter Windows genau dieselben Angaben. Weil ich immer wieder mal gefragt werde, was hast du denn da für Angaben drinnen stehen? Das sind, ah genau, dieselben wie sonst auch. Wichtig. Hoppla, machen wir hier zu. Sounds, das ist alles nicht wichtig. Ne. Also wichtig ist hier die Projektfrequenz von 48 Kilohertz. Das muss so sein, wie sie hier eingestellt ist. So, ich hoffe mal, das war jetzt ein bisschen informativ für die Leute, die mich gerne fragen, welche Windows-Einstellungen hast du beim Rode NT-USB-Mikrofon gewählt? Nun, das sind hier die Einstellungen, die ich verwende für meine Videos. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Also, ich hoffe mal, das war jetzt.